Sind die da oben hingelegt? Ja, ich glaub ja. Bin ich jetzt hier, oder? Meine Zaun spacken voll rum grad wieder. Darauf sag ich nur Pech. Hier, muss man da runterlaufen. Und da geht Johnny. Hau ab mit dem Stab. Das kann ich mit hin machen. Hör auf damit. Was macht der denn? Mach doch gar nix, ne? Mach doch gar nix, ne? Mach doch gar nix, ne? Komm doch mal, wie heißt der denn? Klaunus. 3 hab ich doch, du Affe. Step of La- Ah. Life drawing. Darf ich mich einmal mit dem Rapier hauen? Nein, hau ab damit. Kannst du da eh nix? Sie sah eh PvP aus. Ja, stimmt. Warum kann ich ihn dann mit meinem Stab beschießen? Weil das mit dem Stab anders ist. Hier, lauf mal da runter. Da. Ich sterbe ich dann, oder? Nö. Der denkt immer gleich, er stirbt oder so, ne? Mit dem Stab ist eh, ähm, inaktiv. Kannst du auch einmal mit dem Bogen abknallen. Einem mit dem Feuerbogen. Der hat sie so schön ist. Was? Die ganzen, ganzen Etagen. Der hat gecheatet. Ja, du, ah, mich auch, Flash. Du shitest doch die ganze Zeit. Nee. Kein Meter. Ey, du Pisser, lass den Scheiß. Was hast du jetzt gemacht? Der hat das Glas mit seinem Portable Hole eben weggehauen. Lass den Scheiß, du Pisser, echt. Du kannst einfach nur rücker sein. Ich dachte, das ist doch in die Lama verfallen. Klatsch ist er weg. Achja, da sind sie beide wieder on, haben sich beide wieder richtig lieb. Ja. Ja, ich mach hier grad was und der geht mir grad wieder vor auf den Keks damit. Kekse. Du hast gesagt, ich soll noch dazu kommen. Ich hätte damit rechnen müssen. Ja, aber... Ich muss es schon einkalkulieren. Und Johnny kalkuliert mir das immer ein. Aber so war ich die letzte Zeit immer dran. Darunter zu leiden. Ja. Ich leide unter. Nein, Johnny muss halt ein Netz sein zu mir. Ich zu dir. Ja, sein Netz. Sein Netz zu mir. Ob's a! Ich hab' gelöscht. Hallo? Cheat! Ha! Cheat! Ha! Cheat! Cheat! Ich wollte mein Graubel. Kondensplätze. Wachen. Teck. Hexenwilgen. Von hier rum. Ach ja. Lalalalala. Donny baut immer gleich wieder Scheiße. Ehrlich. Donny baut keine Scheiße. Komm. Du meinst er Scheiße? Ja, das hast du jetzt gesagt. Mensch, du kannst doch nicht einfach beleidigen. Der arme Junge. Du hast das gesagt. Ich bin überfüllt. Ja, bist du mal Böser, weißt du doch. Mach mal den Scheiß Pfeil auf irgendwas. Boah, das ist mein Sound wieder rumspacken. Das ist von nervig gerade. Mach mal den Pfeil auf Ordinary Mortar. Ja. Weiß ich nicht. Ordinaryes Wasser. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kack einfach rein. Was? Dann hast du Ordinaryes Wasser. Ja. Einfach rein. Kack einfach rein. Scheiß drauf. Wenn nichts hilft, einfach mal reinscheißen. Einfach reinscheißen. Ist klar vielleicht. Danach hast du Ordinary Water bestimmt. Da hast du Wasser mit Bröckchen drin. Ja, Ordinary Water. Das ist klar. EC2 Brücke. Und dann kamen. Hier geht's wieder ab. Producer? Oi. Gearbox? Hier geht's wieder ab. Das meine. Ah, Vial. Empty Vial. Aha. Empty Vial. La 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 la. Ist auch so ein Empty Vial. Hast du doch gerade gesagt. 50. Weißt du was ich gesagt habe? Nee, weißt du gar nicht. Ein kleines Glied. Weißt du was ich sage, wenn ich gesagt habe, was ich gesagt habe? Was er gesagt hat. Was er gesagt hat. Dass er gemeinte, dass er das gesagt hätte. Das war ein Arsch. Der sammelt direkt alles auf, was man abholt. Ja. Sieben Magnet. Ich. Ich. Aber nur besser auf. EP. Kommt von Exit. So. Ja. Hier. 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 To your tower. To your tower? Das sieht man immer aus allen Block-Op-Selien. Pull-Weiß? Keine Ahnung. Hier sind Eter-Watzen. Nein. Oh, nur eine. Baus er bitte wieder an. Ich hab mir mal einen Stack reingemacht. Ich hab mir nicht gerade einen Stack reingemacht zum Block-Op-Selien. Naja, ist okay. Da ist sowieso reingeschmissen oben. Mhm. Weißt du, wie die bei mir alle hier rumlungern? Das ist unglaublich. Habt ihr kein Zuhause oder so? Ja. Ja. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Unglaublich, ey. Ne, ich brauch wieder harten Glas, deswegen. So, ja. Und ich hab grad noch... Weil ich hab noch keine weiteren Leitung, dass ich dafür auch ne gehe. Sag doch was. Donnerns Deck. Ja, ist doch egal. Ich stelle das wieder selber her. Äh... Holz. Mach ich jetzt Holz? Selbst ist der Mann, ne? Die einzigsten Ressourcen, die ich mir bei dir schnorse... ist... You are matter. Hehehe. Bei mir. Ne, glaub bei mir immer noch. Ich glaub bestimmt 10 Mal mehr als... Ne, ich hab... Was hast du gehabt? 180? 148.000. Ja, hast du das. Siebenfache. Ach ja. Ja, wir lernen ja mal deine Truhe ab und zu, ne? Flash. Ne, brauch ich ja nicht. Ich pull jetzt hier auch sowieso zu viel. Ist ja auch schon... Guck mal, diese äh... Coine... Ja, aber das landet doch alles nur in deiner Truhe, in deiner Deer-Truhe, oder ne? Ja und? Ich nehme das mal passend raus. Ja, ich mein ja. Wir lernen die Deer-Truhe ja sowieso immer vor, bevor sie voll ist. Ja. Pumpe sowieso gleich ins Main-System. Nicht so wie Johnny, der das immer gleich hortet. Äh, der Coin bringt nix, was ne? Ne? Ach, der Hortenmeister. Sonntag. Oh, der ist geil, der Coin. Der ist echt geil. Hab nicht genießt. Naja, aber... Oder gehustet, oder... Ach, das hört sich immer gleich an. Boah, der Coin ist echt geil, Mann. Du bist auch mal. Du bist doof. Weißt du doch. Johnny. Der Sammelsport ist auch, aber viel schneller als man geht. Das ist viel geiler. Ja, manchmal musst du springen, manchmal spackt das unten an der Erde rum. Ach ja. Du musst es springen. Bringen? Springen. Springen. Springen die Waldfee. Blasch die Waldfee. Ey, warum funktioniert das Ding jetzt hier nicht? Oder muss das da hin? De 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 de... Und da kommt wieder die Nachricht. So. Da weh. Hat er dir erzählt, dass er die Nachricht da reingemacht hat? Boah, viel Wasser verbraucht das Ding, alter Schwede. Weißt du, wie er das eingestellt hat? Er hat die gemacht alle 5 Minuten. Ach. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Ich habe alle 15 Minuten gemacht. Wie das reicht. Muss ich da wohl noch ein bisschen mehr Wasser hinmachen? Ja. 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 Müssen. 32. Na, warum brauchst du denn da so viel? Warum brauchst du nicht so viel, Alter? Dann ein bisschen... Meine Wege sind ein bisschen weiter als bei dir. Ja, mach doch einfach. Das ist lustig, wenn auch Torbis kann ich mit dem Portal Hall den Towerkull im Boss unterschmeißen. Aber kill ihn. Wollt grad sagen, kill den einfach. Das nervt nachher. Ich boxe dich schon mal mit dem Rift immer weg oder so. Ist ja was anderes. Darum wissen wir ja, wie so ein Journal Flash noch gestorben ist. Wie oft ist er denn gestorben? 28 Mal. Wo ich von ausging, dass es nur 25 Mal waren. Du meinst das hier, ne? Ach komm halt's Maul. Ich wollte nur die Liste zeigen. Ich denke, Santos muss noch dreimal sterben, ne viermal. Ja, du mich auch. Wir müssen alle noch 20 Mal sterben. Johnny muss nur noch sterben. Johnny muss noch sterben. Die ganze Zeit. Komm jetzt Supercreeper. Oh, ich will Supercreeper. Oh, sag mal nicht. Sag mal nicht. Frag mal, frag mal Santos an einem Supercreep. An einer Superspinne. Ja. Dann die ganzen Sachen weg. Darum habe ich auch ein paar... Darum bin ich auch noch mehrmals gestorben. Dreimal oder so. Nur weil ich dir helfen wollte. Ach ja, deswegen bin ich auch dreimal mehr gestorben. Ich hatte da unten so ne rote Spinne, ey. Die hat alles zerfetzt da unten. Oh. Die waren nicht freundlich gesund, die Spinne. Da kommen doch mal Supercreeper, wenn man Meteor hat. Ja, sind aber nur erst zu jedem Creeper. Du musst einfach n... n Soul Shard bauen auf 5. Den lässt du die ganze Zeit laufen. Und von jedem hunderten Creeper kommt n roter. Und das sind die richtigen Supercreeper. Dann diese Alien Creeper. Mhm. Ja, die sind ja langweilig. So. Oh, nur 90. Du meinst diese epische Bossmonster, ne? Was machst du hier? Nicht gar nichts. Sag doch. Gar nichts. Ey, warum bist du bei mir auf der Karte unsichtbar? Worse nicht. Okay. Liegt das vielleicht an der Beziehung? Warum machst du hier ein Cobblestone denn, du Vogel? Das ist nicht nett von dir. Ähm. Nein. Kannst du mich jetzt sehen auf der Karte? Nein. Immer noch nicht? Nein. Okay. Johnny left the server. Ja. Hat nen Tank-Error. Ist egal. Konnt ich bis eben grad noch sehen. Und jetzt key mich nicht mehr drauf hier. Das steht die ganze Zeit lang eben. Ha. 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 Hast du vielleicht falsche Adresse? Hast du hier nicht gespeichert richtig? Doch. Hallo? Fick doch die Henne. Ha. Sei da froh. Du nimmst nicht auf. Fick hier gleich in den Bildschirm. Fick doch die Henne. Hey. Na jetzt hab ich keinen Bock mehr Meiko zu sterben. Ha. Äh. Im Brotten. Also wie gesagt, bei mir geht das schon schneller mit dem starten durch den P2P Launcher. Anstatt den Ticket auf den P2P Launcher und pack sie in Eis, ey. Ha. Ha. Ich will mir nicht lieber Schokolade backen. Oder geh raus auf die Straße und ruf mal mein Kopf schade schnell. Ha. Mal mein Kopf schade schnell. Pau. Ja. Tut mir aber gar nicht leid. Sag mal meiner was man mit ME Power Relay machen kann. Da kannst du... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Entweder ist das schon die neue Version, dann kannst du damit so ein... äh äh äh. Multidimensionales ME System aufbauen. Ja was heißt? Kannst an einer anderen Stelle das ME System... Boah. Da unten da auch was drüber machen. Aber es kostet 200 MJ pro Pick. Alter. 100? Egal. Pack ich ne zweite... Das ist ein... Das ist ein äh äh... Rackt. Was ist denn ein... Was ist denn ein... Das Rackt könnte 100 MJ überfallen. Ja eine Redstone kann 100 MJ. Das heißt ich brauch einfach zwei Redstone Zellen dran. Fertig. Ja. Die Mann hat 200. Mit deiner Tonkraftwerk hast du ja. Was will ich mit meinem Atomkraftwerk? Wieso? Das liefert nur... Was liefert das denn? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. 500 Mio. Nee. Warte mal. Ich staub mit dem PC neu. Wolltest... Wolltest du eigentlich nicht noch mehr Atomenergie machen? Ähm... Ja wollte ja nicht. Atom, nein danke. Genau. Eigentlich müsste ich Demos von deinem Haus führen so. Schöne daran. Ähm... Bleib hier, bist du ein Atomwerk weg? Da ist es. Äh... Liefert 260 Pot...